Und immer hören, hören, weil kannst du nicht mehr wichsen, Ruh, da gucken alle zu. Du brauchst Gardinen, Alter. Gardinen gibt's im Theater, bei Slavik ist alles dokumentarisch. Ha! Sehr wichsen. Dann ist kein Wunder, dass sie dich sehen. Guck, die haben da sogar Klo gebaut. Beziehungsweise, wenn du hier auch schläfst, auf dem Boden, dann sieht der Hurensohn auf dem Kahn dich auch, weil ich ihn von hier sehe. Prozentual gesehen. Beziehungsweise, bleib. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ich wollte nur sagen, Alter. Richtiger Mann schläft auf dem Boden und nicht auf dem Boxspringbett. Außer ist bei Mädchen mit Wasserbett. Film, ich hab eine kleine Gardine. Weißt du, was du isst? Was? Bezug auf Matratze. Wenn Mädchen vorbeikommen, dann sagen die immer, du hast so, ist zu hell. Bleib, aber wo ist ein Samuschen? Wo? Spieß dir, wo? Nun darf ich auch haben. Warte. Bist du immer rumheulen wie weißer Bär bei warmem Wetter, bleib? Ja, ich bin kräftig wie Bär. Du bist kräftig wie Bär 5 und alte Oma. Was? Bist du immer rumheulen wie Bär bei warmem Wetter, bleib. Ja, ich bin kräftig wie Bär bei warmem Wetter, bleib. Ja, ich bin kräftig wie Bär bei warmem Wetter, bleib. Ja, ich bin kräftig wie Bär bei warmem Wetter, bleib. Ja, ich bin kräftig wie Bär bei warmem Wetter. Ja, ich bin kräftig wie Bär bei warmem Wetter. Ja, ich bin kräftig wie Bär bei warmem Wetter. Ja, ich bin kräftig wie Bär bei warmem Wetter. Ja, ich bin kräftig wie Bär bei warmem Wetter. Ja, ich bin kräftig wie Bär bei warmem Wetter. Bis zum nächsten Mal.